Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Bio-Energie-Therapeutin und Heilmedium. Das war allerdings nicht immer so in meinem Leben. Im Moment bin ich sehr erfolgreich und habe mir das alles selbst erarbeitet. Ich habe also die Skills, die Tools, die Werkzeuge kennengelernt, ausgesucht, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Es gab in meinem Leben einen totalen Tiefpunkt. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ich hatte damals alles verloren, finanziell und auch in der Liebe. Mein Mann ist damals alkoholabhängig geworden. Und ja, wir haben uns geschieden. Und es ist also auch das Materielle. Ich hatte überhaupt kein Geld mehr, hatte alles verloren. Und das war sowas von schlimm. Heute kann ich relativ normal darüber sprechen, aber damals war ich wirklich an einem Tiefpunkt in meinem Leben angekommen. Aber letztendlich, wenn ich jetzt zurückschaue, gerade auf diesen Tiefpunkt, der hat mir die Kraft gegeben, mich weiterzuentwickeln. Ich habe also erkannt, die Stärken, die in mir liegen, meine Kräfte mobilisiert. Ich habe mich mit der geistigen Welt verbunden und habe wundervolle Werkzeuge bekommen, die ich gerne an dich weitergebe, wenn du dich dafür interessierst. Und du siehst an meinem Beispiel, ich war wirklich tief am Boden. Also ich hätte mich fast aufgegeben, so schlimm war das damals, dass ich es geschafft habe, dass ich mein Leben tatsächlich in eine neue, wundervolle Form gebracht habe. Ich bin sowas von glücklich und ich bin Heilmedium. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Bioenergie-Therapeutin, ich habe bis jetzt ungefähr über 9.000 Menschen in die Heilung begleiten dürfen. Und das ist so ein großes Geschenk und da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür. Und in der Resonanz-Akademie bekommt jeder Mensch ein Gespür dafür, was in ihm steckt. Wir wecken die Stärken, wir geben dir Werkzeuge an die Hand, mit denen du in der Lage bist, dein Leben neu zu gestalten, so auszurichten, dass du glücklich wirst, dass du genau in deiner Lebensaufgabe wirken kannst, dass du den Weg dorthin findest und dich dann so entfaltest, wie du es möchtest, tatsächlich wie du es möchtest. Also es ist wirklich nicht so, dass wir Menschen leiden sollten, leiden müssen und uns klein machen und traurig sind. Das ist nicht vorgesehen von der Schöpfung. Und so ist es für jeden Menschen tatsächlich möglich mit den geeigneten Werkzeugen, die ich dir alle sagen kann, so wie ich es geschafft habe. Das kann ich dir alles sehr gerne vermitteln. Wenn du zu mir in meine Resonanz-Akademie kommst, zum Webinar dich anmeldest, wirst du das alles bekommen. Und ich freue mich wirklich schon sehr darauf, dir diese Geschenke machen zu dürfen. Ja, dann melde dich einfach an und ich bin für dich da.